Aber Kevin, Kevin hatte, ähm, Kevin hat sich nichts stechen lassen. Feister hat es nicht hinbekommen, ihn zu überzeugen. Aber vielleicht, vielleicht irgendwann. Nein, ob es, also wir machen ja auch alle ein bisschen Jokes. Man sollte schon checken, auch wenn das irgendwie so eine, also so eine halbe Fun-Sache ist. Logischerweise reden wir hier immer noch über Tattoos und das sollte sich jeder halt auf jeden Fall genau überlegen. Ähm, und ich denke und weiß auch, dass Feister das gemacht hat. Nee, aber sehr, sehr geil. Feister, wir sind für immer, checkst du das, wir sind für immer, das soll ein Unendlichkeitszeichen werden, wir sind für immer miteinander verbunden. Wir beide. Irgendwie, also, naja, gut, also, sagen wir mal so, eher du mit mir, weil du hast mich auf deinem Körper, ich hab dich halt nicht auf meinem Körper. Ich wach auf und denk an dich. Das ist an sich was Gutes.